Lustiger Roboter Hier ist der Winter, auf den wir alle gewartet haben. Mit richtigem Schnee und Frost. Es schneit langsam vor sich hin, die ganze Nacht und den ganzen Tag. Alle Häuser sind mit Schnee bedeckt. Die ganze Stadt ist weiß. Fröhliche Schneeflocken schweben vor sich hin und es beweist, dass Weihnachten und Silvester bald hier sind. Alle Kinder lieben diese Ferien. Das meint, dass wir bald viele Besucher haben werden und viele Geschenke unter den Weihnachtsbaum haben werden. Ich bin sicher, dass ihr auch auf eure Weihnachtsgeschenke freut, oder? Habt ihr schon den Weihnachtsbaum geschmückt? HandyAndy hat sich entschieden, in die Stadt zu fahren, um einen Weihnachtsbaum und den Schmuck zu kaufen. Hallo Freunde, freut ihr euch auch über den ersten Schnee? Es ist Winter und habe mir einen Geländewagen besorgt. Damit kann ich viel leichter durch den Schnee fahren. Aber heute kann ich nicht in die Stadt, weil es zu viel geschneit hat. Aber ich weiß, was ich machen werde. Ich rufe ein Räumfahrzeug, um die Straßen zu räumen. So können andere Fahrer ohne Probleme in die Stadt. Dieses Fahrzeug ist langsam, weil es gleichzeitig fährt und die Straße räumt. Während wir warten, lasst uns sehen, wie er aussieht und was er machen kann. So, hier ist ein Bulldozer. Ein Typ von Räumfahrzeug. Er hat Ketten anstatt Räder. Sie helfen ihm besser, auf sehr verschneiten Straßen zu fahren. Er hat vorne eine große Schaufel. Sie kann sich auch seitwärts bewegen. Was ist, hilft besser, den Schnee zu räumen. Der Schnee wird an der Seite der Straße geschoben. Wow! Schaut Freunde, wie groß und schwer er ist. Er kann locker einen sehr großen Schneehaufen räumen. Schaut! Der Bulldozer eilt sich, um uns zu helfen. Wow! Ich bin erstaunt, wie gut und gerade er durch den Schnee fährt. Und schaut, wie die Schaufel den Schnee zur Seite schiebt. Es ist einfach toll! Wir können die saubere Straße hinter den Bulldozer sehen. Ja! Jetzt kann ich in die Stadt ohne Probleme. Ich hoffe, dass die anderen Straßen auch frei sind. Also, starten wir unser Auto und lassen wir den Motor aufwärmen. Es ist übrigens so kalt draußen. Lass uns losfahren, Freunde. Erinnert euch, ich muss ja einen Weihnachtsbaum und Schmuck für den Baum kaufen, weil es bald Weihnachten ist. Ufff! Die Straßen in der Stadt sind noch mit Schnee bedeckt. Aber zum Glück fährt der Bulldozer vor uns und räumt die Straße für uns. Ich werde mir einen Weihnachtsbaum suchen. Bis bald, Freunde! Tschau! Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme. Ich liebe eine Ruhe aus dem Vielen Dank.